Hey! Ähm... Ganz schön... ...krasse Nummer da gerade. Ich war ja selber schuld. Du wolltest ja nicht schlicht. Hast du das mal was zu machen? Tschüss. Schön, dass ihr mich in meiner neuen Arbeit besucht. Ähm... Das ist Ozzy. Muss ja nicht immer der Mann den ersten Schritt machen, oder? Ja. Ich will... ...dass wir so tun, als wären wir ein Paar. Und meine Eltern... ...wür zu kriegen, mir was zu geben, was ich... ...von ihm brauche. Gut. Und wie soll das aussehen? Von Ihnen, aber alles gut. Oh, du hast... So. Wie? Ich hab zwar beobachtet. Einen bisschen 01. Ja. Ist doch. War unfreundlich, Mann. Das ist nichts. Ist doch gewoon... Ich küsse überhaupt nicht komisch, ja. Ich hatte mal eine Freundin, ja, die brauchte mich gar nicht, die war immer wieder zusammen, weil ich so geküsse. Ja, danke. Ja, danke. Danke. Ja. Ja. Jetzt. Ja. Was denn das? Warum? Was willst du von... ...und sonst wird eh nichts. Wenn wir rum machen, sag' ich... ...ich will nicht nach New York. Und ich will mir auch nicht mehr ausgehen, natürlich. Ich will mich nicht wegnehmen. Ich will endlich wollen, wenn ich pillen muss, was ich denke. Das ist für dich.